Kathrin Reimund, Richter bei H. 219, Richter bei C. 208, Richter bei M. 208, Gesamt 605 und 30. Ihr waren bereits die nächste Starterin, Julia Machert vom Reichverein Mannheim. Diesmal sitzt im Gattel von Walking on Sunshine in 531. Für sie bedient auch gleich die Aufgabe AX einreiten im versammelten Traf. Noch an noch 15 Teilnehmer, also noch anderthalb Stunden, was weiß ich. AX halten, grüßen, im versammelten Tempo antraben. C, linke Hand, HXF, mittel Traf. Ja, ja, noch was zu wissen. F, A, K, versammelter Traf. K, E, Schulter herein. E, Woltern. IHCM, versammelter Traf. M, X, K, starker 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 Traf. K, versammelter Traf. F, B, Schulter herein. A, B, Woltern. B, M, G, versammelter Traf. B, Woltern. Fünf Tritte rückwärts richten, daraus im Mittelschritt anreiten. G, H, E, der Mittelschritt. E, F, im starken Schritt durch die halbe Bahn wechseln. F, A, Mittelschritt. A, im versammelten Tempo antraben. Von K bis zur Mittellinie zwischen X und G nach rechts traversieren, danach geradeaus. C, linke Hand. Von H bis zur Mittellinie zwischen X und D nach links traversieren, danach geradeaus. A, linke Hand. F, F, im versammelten Tempo angaloppieren. Nach M, K, Woltern. Vor F fliege der Galoppwechsel. F, A, K, versammelte Galopp. K, B, versammelter Galopp mit klinem Galoppwechsel bei überreiten der Mittellinie. B, M, C, H, versammelter Galopp. H, K, mittelschritt Galopp. K, versammelter Galopp, A, F, B, arbeitstraf. B, E, halber Zirkel, dabei Zügel aus der Hand kauen lassen. E, K, Zügel wieder verkürzen. A, auf die Mittellinie abwenden. X, halten. Grüßen. Im Mittelschritt anreiten. Am langen Tügel die Bahn verlassen. Am langen Tügel, der K, D, 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 K Vielen Dank.